Hallo, ich bin's, der Matthias. Und zwar heute ist ein ganz besonderer Tag, denn mein Lupo wird heute elf Jahre alt. Man kann es kaum glauben, wie die Zeit vergeht. Ich weiß ganz genau noch, wie ich ihn als Welpe geholt habe, im Juni 2010, gerade mal drei Monate alt, und zwar im Schwarzwald. Und als ich dort ankam, um den Lupo abzuholen, haben die Züchter gemeint, ich soll mal in den Freilauf gehen, wo die ganzen Weiben sind. Das habe ich dann auch gemacht. Und als ich kaum in dem Freilauf war, kam einer direkt auf mich zu. Und das war Lupo. Dann habe ich gesagt, den nehme ich mit. Und jetzt ist er schon über zehn Jahre, zehn Jahre und acht Monate auf meiner Seite. Und es ist wunderschön, jeden Tag mit Lupo zu leben. Klar ist Lupo etwas stur, wie alle Banner sind. Aber er gibt auch sehr, sehr viel zurück und Freude. Treue. Er ist immer ein steter Begleiter und ging mit mir durch Dick und Dünn. Das soll auch weiter so sein. Als Lupo sieben Jahre alt war, kam man seine Seite die Lazy. Die könnt ihr im Video auch etwas sehen, aber nicht so. Denn der Lupo steht im Mittelpunkt. Denn er hat heute Geburtstag. Ich lasse das Video jetzt weiterlaufen, wie immer. Ihr könnt dann in die Kommentare schreiben. Glückwünsche und so weiter. Macht das bitte. Würde mich sehr freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch bitte ein Like da. Ansonsten, see you later. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss.